Es war mitten in der Nacht. Die Wohnung lag in völliger Dunkelheit, als es einen lauten Knall gab. Mama, die bis zu diesem Zeitpunkt tief und fest geschlafen hatte, wurde sofort wach und schreckte hoch. In ihren Gedanken mahlt sie sich die wildesten Fantasien aus. Sie dachte an einen Einbrecher, vielleicht aber auch an Vandalen, die ihre Fenster entschlugen. In jedem Fall rechnete sie mit einer gefährlichen Situation. Mama wollte sie ihr Handy greifen, damit sie sich im Kleiderschrank verstecken und die Polizei rufen könnte. Doch dann fiel es ihr ein. Das Handy, es lag im Wohnzimmer. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als aufzustehen. Sie horchte in die Nacht hinein. In der Wohnung war es still geworden. Nichts regte sich mehr. Mama atmete auf. Dann schlich sie sich ins Wohnzimmer und sah sich um. Die Fenster waren in Ordnung. Also ging sie weiter in die Küche, wo sie sich nicht lange auf den Füßen halten konnte. Der Boden war glitschig. Und brachte sie zum Sturz. Sie mühte sich wieder hoch, schlug auf den nahen Lichtschalter und sah, wohin sie rausgerutscht war. Unter ihren Füßen war eine rote Pfütze, deren Flüssigkeit sich nun zum Teil in ihrem Nachthemd befand. Mama wusste sofort, dass sie sich hierbei nur um eines handeln konnte. Blut! Sie begann laut zu schreien. Sie bekam Angst und rechnete damit, dass sich etwas wirklich Gefährliches auf sie stürzen würde. Doch dann hörte sie ein genervtes Stöhnen hinter sich. Mama! Mama! Mach doch nicht so eine Welle! Erklang die Stimme ihres Sohnes. Mir ist einfach ein Marmeladenglas runtergefallen und dann ausgelaufen. Geh wieder ins Bett und lass mich hier aufwischen. Ja, und wem diese kleine Geschichte nicht gruselig genug war, der schaltet heute Abend ein zum Special-Stream. Wir streamen heute nämlich Phasmophobia mit dem lieben Busch, dem lieben Rikuru und vielleicht ist heute auch mal Little Kiki dabei. Da gibt es einiges zu erleben. Und übrigens, ich habe den ein oder anderen Doni-Sound reingebaut, mit dem ihr mich wirklich erschrecken könnt. Bis heute Abend, 21 Uhr, euer Ruschi.